Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sleeping Dog. Jawohl, wir sollen hier uns mit dem Wayne unterhalten. Okay, da hauen sie alle ab. Da haben sie die Hosen wohl gestrichen, voll. Okay, Hackengas. Den da vorne, der ist wichtig. Boah, geht das ab hier. Boah, fuck it. Okay. Was sollen wir eigentlich machen? Hmm. Oh Mann, wieder so eine Verfolgungsjagd hier. Komm hoch da. Will der mich verarschen? Wohin will der jetzt laufen, der Parkpenner? Ich bin nicht gefährlich von dir. Dann bist du dumm. Huh? Let's kill this asshole. Come on you bastard. Alle mit Messer. Jetzt müssen wir aufpassen. So, den haben wir auch. Komm her. Angreifen tun sie uns irgendwie nicht. Oh. Oh. Okay, okay, okay. Komm her. Jetzt bist du völlig makar. So voll geile Kombo. Aua. Ah, Mann. Du gehst mir auf den Sack. Ah, jetzt hab ich nicht makar. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Komm, mach die Deckung auf, du... Parkpenner. Jawoll. Jetzt bist du dran, mein kleiner Freund. Ich muss echt aufpassen auf den. Thomas, komm her, Junge. Ja. Immer schön auf Konter warten. Oh. Wir haben ihn auf Magazine Island vergraben. Oh, lol. Ah, telefonieren. Salty, this is way. I need a boat and I need a gun. Can you meet me in Kennedy Town? In Salty. Make it a big gun, okay? I don't want to fuck around. Okay. Also wirklich Hammer. Jetzt brauchen wir eine große Kanone. Jetzt geht's ab. Maximale Gesundheit erhöht. Das brauchen wir wohl auch. Und da ist wohl noch eine Überwachungskamera. Die werden wir uns auch noch holen. Es gibt ja alle so kleine Neben, ja, Erfolge, Achievements, wie man es auch immer sehen möchte. Mal gucken, ob wir hier rüberkommen. Jawohl. Da ist die Kamera. Hier ist der Kasten. Was kann ich denn bei dem Typen hier? Ein Weerpool. Heißigen und schmutzigen Sex, garantiert. Kaum zu benutzen. Kaufe Wirpool, na, Logo. Alles klar, dankeschön. So, jetzt wollen wir hier hacken gehen. Brauchen wir ja auch noch. Die 9 ist immer gut. Die 0 ist auch immer gut. Die 6 ist gut. Und dann nehmen wir mal die 2. Ui, die 6 an der falschen Stelle. Machen wir die da hin. Dann nehmen wir hier die 8. Hier nehmen wir die 5. Und dann nehmen wir die 1. 6 und 8 an der falschen Stelle. Dann machen wir hier die 6 hin. Da die 8. Und dann nehmen wir hier die 4. Und die 3. 6 ist richtig. 4 ist falsch. Dann hier die 4. Da die 8. Und was fehlt uns noch? Nehmen wir mal die 7, Leute. Okay. 7 da. 8 da. Fertig. Zugriff gewährt. Perfekt, würde ich sagen. Okay. Weiter geht's. Nächster Auftrag. Wir brauchen erstmal ein Fahrzeug. Fahrzeug, Fahrzeug, Fahrzeug. Da nehmen wir den hier. Aussteigen. 1. Verpiss dich. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Oh. Wir fahren falsch rum. Warum sagt mir das denn keiner? Dass wir falsch rum fahren. Haben wir ein Haus? Wann haben wir denn hier ein Haus? Das will ich mir mal gerade angucken. Macht mich gerade etwas neugierig. Okay. Hier haben wir jetzt so eine riesen Villa. Ja, leckt mich am Arsch. Respekt. Wo ist der Fernseher? Wir haben ja zwei Videokameras. Gehackt. Können wir nämlich dann auch erst machen. Ich weiß nicht, wann jetzt hier das Ende so langsam kommt. Hä? Da können wir anscheinend wohl doch nicht. Komisch. Komisch. Ich hätte gedacht, wir könnten... Was war da? Was war denn jetzt gerade? Ach, wegen der Umkleidekabine. Alles klar. Ja. Anscheinend wohl doch nicht. Ja, sorry Leute dafür. Ich hätte jetzt gedacht, ja komm, dann machen wir das jetzt noch ganz schnell. Aber anscheinend können wir diese Aufgaben alle nicht mehr machen. Und weiter geht's. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Hier lang, hier lang. Und wieder rechts. Mein Gott, das waren doch vorhin nur 200 Meter. Jetzt sind es schon wieder 500. Okay, hier lang. Ja, wir steigen vorne aus. Okay, wir sollen zu den Leuten. Ist hier nicht die Frau runtergestürzt? Nee, ist sie nicht. Jetzt bin ich gespannt, was vorkommt. Okay. 1600 Meter, ja, leck mich am Arsch. Ey, den ballern wir jetzt gleich in der Hand. Leck den doch mal weg. Ach, jetzt fahren die gleich hinter uns her, oder was? Keine Ahnung, was sie von mir wollen. Der trifft ja gar nicht. Also, das Boot ist kaputt. Tag nach, Wayne. Ja, jetzt gucken wir mal nach die Bullen, oder was? Okay, die Bullen nennen wir ab. Come on, jetzt fahren wir wieder vor P-Zone. Die einfachste Taktik ist, den Motor kaputt zu schießen. Okay. Die müssen wir jetzt. Oh, ja. Oh, ja. Wenn wir jetzt gehen, was sie dann kommen. Insel fahren, macht der Ackengas. Ja, hat gut geklappt, würde ich sagen. Klar, mit den Booten, das war mit den Polizei war das am Anfang nicht sehr einfach, aber ja, wegfahren aus dem Radar und abschießen dann die anderen Boote, dann geht das Rucki die Zuck. Bin ich gespannt, was hier vorfällt. Jackie auskramen, oh ne, kommt. Komm, geh doch raus da. Okay. Oh, der lebt noch. Oh, wie krank. Boah, Leute, wie übel. Okay, wir sollen ihn zurückbringen zu den Docks. Okay, man. Ja, sie benutzen dich um mich zu einem ambushen. Big smile auf mich. Fuck, das war für die Dogg-Eyes, man. Fuck. Don't give'em, Jackie. Komm zu der Lektion, sag die anderen was passiert. Das wird die Ende des Bleens. Man, ich will nicht nichts mit dem, was das überhaupt nicht mehr tun. Die Zucki, 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 Scheiße, hab ich's aus Versehen abgebrochen, Leute. Ich wollte das eigentlich noch nicht. Was willst du jetzt tun, Jackie? Die Zucki ist morgen. Wir wollen die Bühne und haben sicher, dass Big Smile nicht mehr Sorgen zu machen. Aber wir haben ein bisschen Zeit, um zu töten. Ich weiß nicht. Ich habe es heute fast gekauft, Mann. Für echt. Ich denke, ich werde einfach gehen, gehen oder so. Ich habe ein bisschen was zu denken. Sure, Mann. Das ist cool. Ich will sehen Sie morgen oder so. Okay, nicht etwas stupides. Alter, heftige auf heftigst. Oh, wir haben ein neues abgebild erhalten. Sehr schön. Äh. Ja, wir könnten hier, schalten Sie schnellere Folgeneingriffe nach dem harten Standardkick frei. Was hätten wir hier? Verbessern Sie den Gegner einen heftigen Ellbogenschlag. Nahkampfwaffen verursachen mehr Schaden. Ja, gut. Wir werden jetzt erstmal das skillen halten und ja gut, alles klar. Ganz einfach. Ja, Leute. Tausend Meter bis nach Hause. Haben wir noch ein Boot hier? Ey, 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 ey. Ganz ruhig bleiben. Zeigt mir die Karte, bitte. Wir hatten doch auch ein Haus am Meer. Ja. Kommen wir da nicht mit auf dem Boot auch hin? Wartet mal ganz kurz. Hallo, markier es bitte. Okay, wir fahren hier runter. Müssten wir da eigentlich hinkommen? Das müsste jetzt die richtige Richtung sein, oder? Ja. 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 In jedem Fall der richtige Weg. Und hier müsste man zwischendurch. Richtig? Sag ich ja. Geht doch. Warum soll ich nicht mit dem Boot nach Hause fahren? Ja, nur noch den Weg lang unter der Brücke und wir sind zu Hause. Hä, verstehe ich nicht. Hat das Spiel sowas nicht gespeichert, dass wir so auch nach Hause fahren können? Dafür haben wir doch extra ein Haus am Meer oder an so einem Flüsselein. Geparkt. Oh, dass er immer ins Wasser springt. Auf Wain, du alter. Voll in Jog. Ah, da geht er nicht hoch. Ja, ich würde mal sagen, wo sind wir denn jetzt? Ja. Geschafft. Perfekt, Leute. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten bei Sleeping Dog. Mein Name ist Glabur. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen hoch und schaut mal bei Facebook und Twitter vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.